Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Tester, weil es das geilste Game einfach ist. Bist du da? Ja. Bist du da? Hey, ich seh dich nicht. Hey, ich bin noch nicht angemeldet. Ich mach mir jetzt erstmal meinen Charakter. So, ich nehme ihn einfach mal ab. So, dann kann man eigentlich schon einstehen. Ich warte hier bei Remi noch auf dich, okay? Ich stelle in der Zeit schon mal ab. Ich bin gespawnt und hat hier so eine nervige Informationszeug. La 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 la. Wo bist du? Ich? Ja. Ah, da bist du. Ach da, Krapfel. Weißt du, Ravu? Nein, ich bin Napfel. Ach da. Ja. Wollen wir uns zu finden? So, na dann mal los, ne? Ja, warte, ich muss erstmal Geld aus meinem Lager holen, ja. Warte, vielleicht hab ich auch Geld in meinem Lager, aber ich glaub nicht. Du schreißig, du bettelst hier voll irgendwo, ob du Geld kommst. Kannst du mir da ein bisschen abgeben? Ein bisschen... Ja, wenn ich... Ein paar Silber. Ja. 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 Es sei denn, mir gibt jetzt noch jemand was. Hö, Goblin König. Okay, ich hab kein Geld, aber ich hab Ringe, die man auch nicht verkaufen kann. Okay, im Lager hab ich kein Geld. Ich hab ne Green 50er Axt. Die würde ich verkaufen, dann. Ich bekomme mein Geld. Ich verkauf den nur für, ähm, 500 Silber. Okay, alles klar, komm mit. Nein, am NPC verkauft. Wie viel bringt die mir? Keine Ahnung. Zehn Silber oder so, aber das reicht ja erstmal zum Anfang. Warte, vielleicht gibt die mir was, Elena? Ha. No, die rennen einfach dumm an uns, haben Bettlern vorbei hier. Alter, haben echt alle kein Geld, um mir 50 Silber zu geben. Na ehrlich, die sind hier alle voll arm. Ich sollte vielleicht mal mit meinem anderen hier das Geld reinpassen. Oh, die mir nur 100 Silber finden, die ähm... Ist unser Video schon auf Start? Klar, das läuft schon die ganze Zeit, seitdem ich mir den erstellt habe. So, ich hab jetzt 8 Silber, das reicht erstmal für den Anfang. No, ich hab 6. Ich hol mir erstmal so 100 Franken für, äh, für die weiteren Level-Ups. Sind die nicht teuer? Hm. Nur 41 Silber. Hat mir alle geholt. Alle geholt, die es in Ruhen gibt. Okay, warte. Und passt nicht. Jetzt auch alle. Warte. Jetzt muss ich mir auch eben, die Rüstung und so können wir erstmal anbehalten. Ich mein, bis wir Level 15 sind oder 10 oder so, dann können die Rüstung tauschen, okay? Okay, warte, lass die 8 Rüstungen holen. Was? Lass die Level 8 Rüstungen holen. Für Level 4, für Level 6, für Level 8. 8. 8. So, ich bin durch. Und jetzt hab ich von 6 Silber, jetzt noch 2. 3. Ich hab von 8 Silber 5. Okay, dann lass uns los, ne? Ich hab nur euch Schild mit mir nicht genommen. Okay, wir müssen immer die gleichen Mords einfach holen, ne? Napfel und Krapfel. Ja. Naja, aber meiner ist Krapfel vorherwachen. Ja. Naja. 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 Ich hab äh, Verbindung verloren. Naja. Okay, willkommen zurück und äh, mein PC ist grad irgendwie ein bisschen abgeschmiert. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder. Dach mein Kumpel. Verdammt mal, hallo. Verdammt mal Hallo. Verdammt mal, hallo. Jetzt wollen wir ein bisschen da rein. Und diese nervige Anzeige hier haben wir. und ich habe kein Kind nach die Welt ja ich weiß 3 3 die Schleimung drei Spacken bestimmen und dann stellen wir mal diese Information hier mal einfach auslösen um Wie viel DMG hast du? DMG? 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 DMG ... DMG? DMG? hier sind wir in zwei Hälften doch so auch und macht und aber ich glaube die 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 Verteidigung ich habe ich habe sie ich habe sieben Prozent 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 in der Welt Ich kann mich nicht mehr so machen, dass ich mich nicht mehr so mache. Prozent Prozent und den Ort die Nivelle die Klau des Lebens so wieviel Experten wieviel Prozent hast du jetzt ich auch die Dächtung jetzt glaube ich ja auch die die sind gleiches Leben das ist etwas länger als wenn man es alleine macht auch später wenn wir Fretz machen und noch ein den Kampern Kuhlern das ist 20 Uhr und er ist 20 Uhr da auch die da kommen wir dann ja auch noch erlaubt vielleicht kann ich mein erster Tag mehr er hat dann schlagen in der Augen ich glaube ich mache den Link zur Seite von Fiesta auch nochmal in die Beschreibung falls, ey mein Ringer, ja mein Ringer, ja mein Ringer, ich glaube ich mache den Link auch nochmal in die Beschreibung, falls irgendjemand der noch kein Fiesta hat, sich das holen Fremdlas hier, Fremdlas hier Ey, die folgt uns Die nervt Alter Alter Takt Alter Alter O transfere Hußere A fake Helden Schleim töten ok ja wie hart ey schnell renn weg heil dich oder so ja okay jetzt jetzt greift er wieder ganz den Tänk an ich kann nicht schon irgendwie oh der Ring Ablauf 5 kann eine neue Attacke wieder mein nächster Tag ist Ablauf 5 das Bremmer an welchen äh Alter was was will die will die sag jetzt nicht die will da die gehen und Nestschleim töten ey wenn die Nestschleim töten will dann lach ich er 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 ausgut ich habe ein Achtung er hat am Weg das war noch zu vertreten und noch einmal noch einmal die Steine noch ein Wort an Arno vom Beginn der Zeitung Wartenwarten ja ich bin auch schnell gelten ja ich bin auf dem Kern er hat die Wartel wir haben schon sieben dann müssen wir machen aber ich meine dass er nachher eh alles ja ja BAM das war ein Schatten mal geben ein Leben Fakten es war ein ganzes Wort jetzt habe ich sogar elf Leben mehr als sie oh ja da guckst du mal ja ich erstaunlich hat mich gepasst ich nehme den ähm ich glaube ich habe keiner jetzt den Quest gemacht ich habe jetzt den Titel-Quest-Anfänger ja ja ich habe hier noch gar keine Titel ich bin einfach nur ein Abbruch warum habe ich neuen Ruhm ich habe neuen Ruhm und habe nicht mal was gemacht ich 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 wir haben schon neun Minuten aufgenommen kommt dann gar nicht so lange vorne ja ich glaube ich muss etwas lauter sprechen warte ich mach mal gerade ein neues Video ich ich geh zu Düssel was ich geh zu Düssel ok ok dann bis ich 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 ich